Was mir ein bisschen unsympathisch erscheint, ist, dass die Leute jetzt die Taylor-Swift-Sache und Travis-Kelsey-Sache sehr ausschlachten. Also wirklich zu einem Maximum. Und es macht es wieder so ein bisschen, okay, now you're pushing it. Aber, ich habe mit meiner Mama drüber geredet, es ist typisch amerikanisch. Typisch amerikanisch, dass, nee, du kannst nicht einfach ein Thema machen für so einen Tag and just let it go. Und lass einfach sie in ihrer Beziehung sein. Nein, du musst es in die Werbung packen. Du musst immer die Swifties ansprechen, wenn du so mit diesem, so alle gucken jetzt auf einmal Football, was voll süß ist. Weil so Väter freuen sich voll, weil ihre Kinder jetzt endlich mit dem Football gucken.